Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Life is Strange 2. Wir sind bei den Verwandten angekommen und wollen da jetzt an der Tür klingeln und hoffen mal, dass die uns gut aufnehmen. Wir sehen. Fortfahren. Ah, wir haben es geschafft, Daniel. Es hat lange Zeit, seit ich hier war. Wann war das? Before du warst. Komm her. Ich schau dich an. Claire mag alles sehr clean. Okay, dann wollen wir jetzt mal klingeln. Bin schon sehr gespannt. Niemand da? What if they have an invitation? Or something? We'll figure out something. I'm sorry, we don't want any of... Hello, Claire. Sean? Oh my. Is that... Daniel? What's going on out here? I heard... Look who's here. After all this time. What the hell are you doing here? Steven, watch your mouth. Well... It's kind of a long story. Oh, you poor thing. You know he's sick, right? Yeah, but... Okay, inside. Both of you. Zum Glück hat sie uns gut aufgenommen. Zum Glück hat sie uns gut aufbauen. Okay? Und um... Die Beatles- Hey, is it warm enough for you? Oh, yeah. It feels nice and toasty. I gave Daniels some cough medicine, but you should have taken better care of him. He could have been worse. You were lucky. Steven, may I talk to you for a second? Okay, wir haben Heisgetränk für uns. Okay, die beraten sich da jetzt einfach, was sie mit uns machen sollen. Hat sie gerade gesagt, maybe we should call the cops? Bin ich sicher. Okay, im Fenster sagt da nichts. Die diskutieren gerade tatsächlich, ob sie die Cops rufen sollen. Ich kann sie uns aber auch nichts machen. Okay. All right, Steven. Oh, Lord. Okay. Are you all right, honey? You want more tea? Thanks. I'm good. Uh, well, Sean, uh, do you want to talk about, uh, uh... The police called us a few weeks ago. They're looking for you as suspects in a homicide. Now, if you want us to help you, did you hurt that police officer in Seattle? Ich kann also nicht, nicht wirklich ja sagen. Ich kann nur sagen, keine Ahnung, glaubt ihr das ernsthaft oder verfluchter Schwachsinn? Vielleicht ist es auch nicht das Glückste, zu sagen, ja, haben wir, weil, ich meine, haben wir ja nicht willentlich. Hat auch Daniel nicht willentlich. Das ist ja einfach mit ihm durchgegangen. Äh, verfluchter Schwachsinn möchte ich nicht, weil, ich möchte die nicht anlügen, ehrlich gesagt. Äh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich versuche, ich nicht. Es ist nicht so viel passiert, und ich versuche es herauszufinden. Aber all I know ist, dass er tot ist, dass er tot ist, und jetzt ist er tot. Oh, sweetie. Wir sind so sorry für was passiert mit deinem Vater. Aber warum hast du weggekommen, wenn du insofern bist? Ähm, um Daniel zu beschützen, selbst hat keiner geglaubt, ich meine. Ne? Ich wollte Daniel nicht sehen, dass ich den Vater nicht sehen wollte. So wie das. Ich fühlte, als hätte ich ihn beschützen müssen. Ich verstehe, aber... Du wirst wissen, dass die Polizei uns separieren würde. Vielleicht, dass... vielleicht für immer. Daniel würde es in der Pfostenkirche. Ah, du kannst nicht sicher sein, Sean. Anyway, at least du hast, du hier zu kommen, live. Wir sind glücklich, dass du auch okay bist. Ich liebe es zu denken, was mit beiden von Ihnen passieren könnte. Sie müssen jetzt denken, um langfristige Lösungen zu denken. Ich versuchte. Ich versuchte. Aber ich kann nicht alles machen. Also... ... was sind Ihre Plans? Ähm... Und dann nach Mexiko. Wir lassen uns was einfallen. Also ganz sicher sind wir uns eh noch nicht, was wir tun wollen. Ich versuchte, es herauszufinden. Ich will nur auf Daniel warten. Warte auf ihn, um besser zu werden. Bevor wir den Weg wieder nehmen. Wie kannst du auf deinen Bruder schauen, wenn ihr beide von der Polizei riecht? Sie zwei bleiben mit uns. Oh, Steven. Vielleicht sollten wir... nachdem du deine Mutter riecht. Dein Vater hat uns in deinem Leben nie wirklich 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 in deinem Leben. Ich kann ihn nicht schuldigen. Aber du bist noch Teil unserer Familie. Und... Wir wollen es prüfen. Okay? Für nur Danke oder keine Angst. Ich denke, es ist gut zu zeigen, dass wir schon wissen, dass wir denen damit Probleme bereiten. Und da auf jeden Fall mal nachzufragen. Woah... Really? Uh... Aren't you scared? The police already called you. Lordy, yes. But we were also scared for you. That's why you'll have to be careful around here. Beaver Creek is small and... Nosey. We can stay? Serious? Awesome! Oh, Sean! Guess what? There's a huge model train upstairs. Hey! You're supposed to be resting, young man. Yeah. Yes, he is. But he seems better already. Anyway, you and Daniel will stay here. At least until Daniel's better. We'll see what happens next. So, I bet you're hungry. Let me fix you something. How do you feel, Superwolf? Way better. It's nice and warm in here. And the food? Yum. Yeah. Feels good. Feeling better? You look cozy. Yeah. I love that bed. Thanks, Grandma. Good. Your temperature is down. I'm way better now. You still need to take it easy. How about if we say a little prayer and give thanks? It's like a bedtime story, right? Well, this is a bit like this, yes. Except the story comes from up there. The ceiling. And... So, are we ready to pray? Just follow my lead. Um... I don't know. Sure. We need all the help we can get. Can you ask the blessed dad? And Sean. Um... And Mushroom. And you and Grandpa. And, uh... Everybody else. Oh, my. You are so sweet. Thank you, Lord. For bringing Sean and Daniel safe and sound into our house. Take care of Esteban and, uh... Mushroom. Please... Give us the strength to get over the hardships of the past. And the trials... Yet to come. Amen. 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 Okay. It's bedtime. Try to get some rest. You still need it. And no roughhousing in here. No worries. We're too tired. Goodnight. Oh, and... Thanks again. Goodnight, Grandma. It feels so nice to have a bed again. And the bathroom. I hear that. Plus, you don't smell anymore. Whatever. Well... Claire seems pretty caring. And nice. I guess Steven is, too. I hope we'll be fine here. I think so. And the more important thing... Is you'll have time to get better. Sean? Are we in Mom's old room? Nah, I don't think this is the one. Not from what I remember. But it's been a while. Could we... Check it out tomorrow? Maybe find some of her stuff? Hmm... I wouldn't want to close it directly. Why not? Also... Why would you want to do that? I just don't know anything about her. Daniel, I understand. But we need to focus on where we are now. And where we're off to. Mom left us. She made her choice. We gotta make ours. And we can't keep going back. You know what I mean? Yeah. Uh... I guess. Hey, man. You've been doing so great with your... Well... You know. I was wondering... How do you do it? Uh... I don't know. I concentrate and... It just happens. Does it work or do you feel strong? Hmm... Do you feel strong? So... It makes you feel strong? Like... Special and mighty? I don't think that. I don't know how I feel. Why are you asking? Never mind. Just curious. Forget I asked anything. Anyway... Remember the rules, right? We really don't want Claire or Stephen to start asking questions. I know, I know. Don't show, don't talk. Just keep that in mind and... Everything should be fine. Sleep tight. Little cub. Here you go. Oh, either. None or more... The Chamber is playing... Being a robot. Dann haben wir Papas Bild, das Bandana von Mushroom. Ich vermiss sie auch. Ich vermisse das Buch. Verborgenen Mäuse. So, gucken was hier noch ist. Es sind auch Würfel. Ach ja, das war ja das Spiel. Ohrenschützer? Ja, ich weiß, danke. Ich habe solche Dinge auch nie getragen. Die waren ja eine ganze Zeit lang Mode. Aber ich fand die auch nie cool. Holzblöcke. Daniels Tasche. Was ist denn dabei? So, hier noch eine Dose aus der Hütte. Plane, der CD-Player, eine Kamera. Okay. Jetzt habe ich gerade so in der Tasche. Ich muss sagen, was so neu ist. Nicht so richtig. Wir haben einen Löffel dabei. Warum auch immer. Ich meine, wer hat nicht immer einen guten Löffel in der Tasche. Okay. Ähm. Sonst ist hier noch unsere Tasche. Aber da waren wir eben dran. Noch ein Schlafanzug. Den anderen, den er am ersten Tag anhatte. Den fand ich cool. Okay. 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 Ich würde generell immer angezogen aus meinem Zimmer gehen. Gerade, wenn ich da erste Woche bin. Und die seit Jahren nicht gesehen habe. Okay. Ich werde jetzt raus gehen. Ich meine, ich habe mich meistens, meistens sogar angezogen, wenn ich zu meinen Eltern zum Essen aus meinem Zimmer gegangen bin. Einfach, weil das nicht so gehört. Okay. Ja, bin ich. Wir sind fast fertig. Also komm, wenn du bereit bist. Okay. Oh. Oh. Choo-choo. Oh. 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 Ich weiß nicht. Es ist aber super interessant. So. Ne? Bei der Abbau und so. Aber es wäre mir zu viel Arbeit. Ich würde mir zu viel Platz wegnehmen, ehrlich gesagt. Aber soll ich das mal so angucken? So. Wenn man dann gut zu Besuch ist. Ist cool. Aber ich will mich umgucken. Ich will alles erkunden. Gesicht waschen. Okay, können wir duschen? Nö. Na gut. Äh, das ist die Medizin. Okay, also wir können nur das Gesicht waschen. Wir können keine Sehne putzen. Wir können nicht duschen. Immerhin haben wir nur Busern. Ist das der alte Raum von seiner Mutter? F***. I broke this thing like ten years ago. I can't believe they fixed it. And kept it. Okay. Dann mal hinunter. Nö, ich will runter. Ah, es geht rechts um runter. Okay. Da ist der Esstisch. Ich will mich aber noch ein bisschen umschauen eigentlich. Aber er ist doch oben. Er ist doch nicht weg. Ein Aquarium ohne Fische? Ein Aquarium ohne Fische, wie es scheint. Okay. Unten ist noch ein Badezimmer. Da ist erstmal wo sie sitzt. Da will ich jetzt gerade aber noch gar nicht hin. Okay, hier ist aber auch nichts von Interesse offensichtlich. Auch nicht. Na gut, dann... Das Moment hier ist auch aufgewacht. Dann frühstücken wir jetzt mal. Ihr Grandson needs to eat now. You can show him the boxcar later. I love how they're getting along. Both to have a... Do you need help or anything? Oh, don't worry. I can do this in the dark. But thanks for the offer. All right, all right. Are you boys done playing? We had a express delivery with the passengers. But the entry broke down. Yep. Has to go straight to the workshop. Good. No trains in the kitchen. Remember? Gotcha, Chief. Choo-choo! Ah, sugar. He can fix his trains, but not my kitchen. Did I make enough? Everything's okay? It's great. As usual. You're the best cook ever. Looks like you're getting cozy with this new country life after all. Ask a favorite. Yeah. It's nice to be far away from everything. Feels like we're the only ones out here. Well, that's exactly why we love it. It feels safe. Unlike the big city. I get it. I like it. It's cool here. Well, bless your soul. You'd get along good with our neighbors. We try to lend a hand. Like to Charles next door. He lost his wife, and... Things have been hard on him and his son. He would just get lost in Seattle. But we're all taking care of him here. How old is his son? I think he's your age. Oh, cool. Cool. Ah, stop. Stop it. You crazy? Hey, what's going on back there? Nothing. Oh, I thought Stephen was a fast eater. Hey, Grandma. I wanted to ask you something. About that locked room upstairs. I told you, there is nothing to see in it, Daniel. Why were you in it this morning, then? Because there's a lot of old junk in there. And besides, it's not safe for you to explore, okay? We'll be fine. Why don't you go explore outside? You sure look like you're getting better. Get some fresh air. I'll wait for Sean, and then we'll go. We won't be loud. Promise. But be careful nobody sees you. Stay in the back, okay? Maybe you should tell him, that it was Karen's room. It's just a room now, Sean. Nothing to see. Warum dann abschließen? Das ist eine gute Frage, weil das wird Daniel nicht loslassen. Why lock it then? It feels like you're hiding something. There's no secret. We just want to move on with our lives, Sean. So nobody goes in the room, okay? I'm serious. Ich habe nur mal kontaktiert, weil er sagt zwar immer, egal, diesen, jenes, aber ich glaube nicht, dass es ihm komplett egal ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich möchte, ich persönlich möchte keine wissen, was mit der Mutter passiert ist oder was die getan hat, dass die sie so hassen. Und ich meine, offensichtlich haben die Eltern ja auch keinen Kontakt mehr dahin oder es hat eine bestimmte Bedeutung, dass das ihr Zimmer war, dass sie das abschließen und mich würde echt interessieren, was da passiert ist. Ja, ich glaube. Ich bin nicht mehr über das Thema. Es ist vorbei. Anyway... ... du musst meine Regeln unter meinem Ruf. Okay? Ja, klar? Natürlich. Immer. Ich mag das, Sean. Jetzt gehst du nach deinem Bruder. Es gibt eine Schade mit einigen alten Schäden. Ich glaube, Steven hat die Schlüssel. 10 Jahre alt, danke. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal... ... uns erst ein bisschen rumgucken und danach dann hier suchen. Ich weiß nicht, wo das war. Ich weiß nicht, Claire und Steven als Welttraveler. Wo war die Bilder von euch aus? Wir sind nach Hawaii, als Steven erneut. Believe es oder nicht. Ich weiß nicht. Das ist so cool. Ich kann dich totalen sehen. Du liebst es? Es war zu viel Paradies für mich. Ich denke, Steven könnte es bleiben. Dad sagte Porto Lobos war... ... wie ein Mini-Paradies. Natürlich würde er. Okay. Das bedeutet nicht, dass du das denkst. Wir sehen. Weihnachtsschmuck. Okay, ist auf dem Wohlfahrtsflugblatt. Ich hörte Claire, wir haben einige Songs gehört. Sie hat die Groove. Achso, wir hätten das nochmal lesen können. Ich hörte Claire, wir haben einige Songs gehört. Sie hat die Groove. Hört, lasst euren Weihnachtsgeist erklingen. Der Beaver Creek Weihnachtschor. 21, 22, 23. Dezember, 18 bis 19 Uhr in der Main Street. Sing mit der ganzen Familie mit. Apfelkuchen, Eggnog und mehr. Bereitgestellt von C. Reynolds und K. Hoover. Hoover. Hoover wahrscheinlich. Okay. Okay. Chöre sind jetzt nicht so mein Ding, aber... Ne? Sorry for getting upset, Sean. I... I just don't feel comfortable talking about all this. It's... It's fine, really. It's fine, really. We don't have to. Oh, this looks cool. Too bad it's broken. Mh, Claire fragen. What happened to the ship? Oh, that thing? Steven made it years ago. But it fell, and he doesn't know how to fix it. That's sad. It's actually the show. It's pretty cool anyway. Yeah. Well... It's life. Mh, dann holen wir das Buch mal beiseite. I tried one of Claire's books yesterday. It's basically a telenovela with white old women. It's fine. Läuft denn da? Ah, Daniel. Ähm... Oh, ich kann zeichnen? Ja. Ich möchte gerne zeichnen. Ich mag die Zeichenserquenzen. Hey, I wanna be in your drawing. Oh, don't draw me like this, Sean. I'm a mess. Don't worry. I'm drawing the whole room. Good. It's so nice to see you practice. Got it. You're so passionate. I'm not moving. Hope I looked good. Okay. Jetzt kommen die Details. Hey, wir können die Details angucken. Warum darf ich die Details hier angucken? I'm not moving. Hope I looked good. Ah, okay. Deshalb, ich muss sie... Also, anvisieren. Okay. Machen wir erstmal Daniel. I didn't memorize what I'm drawing. I need to take a look. Okay. Okay. Jetzt, äh... Claire. I'm not moving. Hope I looked good. Okay. Jetzt, äh, Claire. I'm not moving. Hope I looked good. Oh Gott, der hier ist so nervig gerade. Okay, kann ich die beiden noch nehmen? Ja, kann ich. Ich mag das so gerne, diese Sequenzen. Oh Daniel, halt die Schmurze. Ich denke, das ist das letzte Element. Okay, hier liegen noch ein paar Stifte rum. Ich bin glücklich, dass ich diese abgeholt habe. Ach, das ist doch auch die erste Hütte. Okay, ähm, die Liebesromanen, die hatten wir gerade, haben wir gerade einen von weggestellt. Der Kamin. Fernseher. Ne, wir wollen jetzt keinen Fernseher gucken, wir wollen ja raus. Ähm, was hast du von Papa gehalten, Papas Beerdigung, wie lange verheiratet, wegen der Nachbarn. Äh, ach ja, der Vater muss ja noch beerdigt werden, ne? Ja, da sind wir, das ist ja noch nicht ganz gut. Ja, das ist ja noch nicht. Ja, das ist ja noch nicht. Ja, das ist ja noch nicht. Oh Mann, ähm, was hast du für ihn gehalten? Es ist versucht, klingt nach Papa, ähm, ich weiß nicht, wir haben den Vater nur recht kurz gesehen, aber er klang eigentlich wie eine sehr offene Person, jemand, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auf seiner eigenen Meinung beharrt, aber ich möchte sie jetzt auch nicht anschuldigen. Äh, wie lange seid ihr verheiratet? Äh, nicht wirklich. Okay, noch wegen der Nachbarn. Was ist die Geschichte mit deinem Nachbarn? Charles? Oh, der poor Mann war ein Basketball coach, aber musste raus hier nach seiner Frau passen. Er hat eine Arbeit in der Räilyard, und... er ist noch immer wieder zurück. Wow. Ich meine... das ist sad. Okay. Kann ich sie fragen, warum keine Fische im Aquarium sind? Okay, Daniel. Nimm das Spiel zu nahe eben weg, bevor da jemand drüber fällt. Weihnachtsschmuck. Wow. Look at all these decorations. That's so cool. Okay. Können wir hier raus? Sollen wir in den Garten gehen, ne? Ist das der Garten? Kann auch der Vorwurf sein, schwer zu sagen. Wobei, das ist halt die Fronttür, also... Die, äh... Eingangstür! Haustür! So heißt das Ding. Okay, wir müssen also eigentlich hier raus. Muss ich erst Schuhe anziehen oder so? Ja, gerne. Hä? Wie kann ich denn jetzt rausgehen? Ich hab ein bisschen mehr zu gucken, aber... Hausarbeitsliste. Da gucken wir einmal rein. Vielleicht stehen wir ja mit drauf. Ja. Pretty different from the one we had back at home. Hausarbeit. Steven. Saugen. Handtücherfalten. Schublade reparieren. Sean und Daniel. Zimmer aufräumen. Schmutzige Wäsche waschen. Große Eltern umarmen. Und Claire alles andere. Okay. Ich möchte aber trotzdem noch gerne das Haus verlassen. Oh, ein Brettspiel. Komm, jetzt mal weg. Muss ja nicht alles Claire machen. See you tonight, buddy. Okay. Kann ich noch was aufräumen, oder...? Wie sind die Fische? Wie sind die Fische? Ich weiß nicht, wann Daniel zurück zu sein kann. Wie ist das? Wie kann ich mich oben vielleicht noch umziehen? Und dann erst raus. Bin ein bisschen überfragt. Aber eigentlich habe ich ja schon Klamotten an, ne? Macht ja eigentlich wenig Sinn. Hier ist auch nichts. Hä? Warum kann ich denn hier einfach zur Tür rausgehen? Hier ist auch nichts. Warum kann ich denn hier einfach zur Tür rausgehen? Da dürfen wir nicht rein. Oh, okay. Zwischen sie kurz. Oh, okay. Zwischen sie kurz. Und wir sind nicht ohne uns. Und ich bin glücklich, dass sie es zackt, Daniel. Ich wünsche mir, dass ich... Ich wünsche mir, dass ich... Ich wünsche mir... Ich wünsche mir... Ich wünsche mir... Ich wünsche mir... Okay, dann suchen wir jetzt weiter den Weg nach draußen. Ey, Daniel. Du stehst im Weg. Geh. Okay, hier kann ich definitiv nicht raus. Das heißt aber, dass ich eigentlich hier raus müsste. Aber auch das geht nicht. Mit Daniel sprechen kann ich auch nicht. Das habe ich eben versucht. Warum ist das hier so dunkel? Lass den Lichtschalter einschalten. Okay, eine Notiz. Liebster Ehemann, falls du die Wäsche wäscht, folge bitte diesen einfachen Regeln. Weiß- und Buntwäsche nicht mischen. Niemals. Die mische ich immer. Benutze ein Becher Waschmittel, rote Schachtel für jede Ladung. Falls du meine Kleidung wäscht, benutze den Waschgang Feinwäsche, damit du nicht noch mehr meine Sachen ruinierst. In Liebe, deine Frau. Ich glaube nicht, dass das irgendwie herrisch ist oder so. Ich glaube, das ist einfach lieb gemeint. Das Licht wieder aus, Strom sparen. Und jetzt möchte ich gerne irgendwie aus dem Haus raus. Ich weiß nur einfach nicht, wie. Weil aus einem Haus geht man normalerweise durch eine Tür. Muss ich mit ihr reden dafür vielleicht nochmal? Kann ich nicht. Okay. Daniel! Ich will hier raus. Daniel! Daniel! Hm. Wie kommen wir denn jetzt in den Garten? Das kann doch nicht sein. Jacke anziehen. Tue. Was ist denn mein Objective? Hm. Das ist unser Sketchbuch. Karte, Andenken. Hold to another Universe ist auch aus dem ersten Teil. Schmetterling, glaube ich, glaube ich auch. Die sind alle aus dem ersten Teil. Ah. Acadia Bay Bundle. Okay. Never mind. Äh, ja. Ach, Steven nach dem Schlüssel fragen. Oh, ich bin ja auch ein Vollidiot. Wir wollen gar nicht raus. Aber ich muss Steven finden. Der war eben auch nicht oben. Ich will auch mal spielen. Ich kann jetzt tatsächlich Dinge machen. Ich kann ja tatsächlich Weichen umstellen und so. Wie cool. Nach rechts stellen, damit der schön im Kreis fährt. Äh, die auch. Was will wir jetzt mal ein bisschen schneller fahren? Okay, die hier vorwärts und dann im Bahnhof anhalten. Hm, ich halte ihn generell an dann. Okay. Und im Bahnhof halten. Halten. Das hat ja gut geklappt. Ich kann den Zug nicht mehr anhalten. Na gut. Stell mir die Weiche zurück. Und dann suchen wir jetzt endlich nach dem Schlüssel. Ich weiß mal einfach nicht, wo ich den jetzt finde. Dürfen wir nicht rein? Ein Bad ist er wohl auch nicht. Das ist das Schlafzimmer. Unser Zimmer. Ihr wollt doch den Zug reparieren, oder? Wenn ich das richtig im Kopf hab. Das ist noch ein Papier. War das da eben schon? Stimmt. Gut. Nehmen wir mit. Okay. Das Geschirr. Okay. Hier waren wir eben drin. Das ist der Wäscheraum. Das ist hier. Vorratskammer. Weihnachtsschmuck. Hier ist sie. Toiletten. Auf geht's. Das ist der Wäscher. Kannst du mir die Glühre? In der Kuppe? Of course. Begut. Sorry. Ich habe vergessen. Das Ding ist nicht zu stabil. Ich werde einfach... Okay. Sorry. Meine Schuld. Ihr Grandmother immer sagt mir, aber ich bin ein Läziger Mann. Hey. Kannst du die Tür? Ich möchte ein paar Sekunden sprechen. Oh. Es ist die Power Cable, natürlich. Das passiert immer so. Also, hör mal, ich habe... ...eine Dinge mit Daniel. Du kennst das, was ich zu sprechen, nicht? Ähm... Ich möchte das Geheimnis, glaube ich, erst mal bewahren. Ich kann ja nicht sicher sein, dass er wirklich davon spricht. Geheimnis bewahren. Ähm... Nicht wirklich. Welche Dinge? Na, ich... Ich bin nicht sicher, wie man es sagen kann. Wie... ...eine Art von Invisible-Force. Ein Heiliger Geheimnis oder so. Ähm... Ja... ...Taniel mag sein, dass er superpowers hat, aber... ... das ist es. Das ist es? Okay. Aber be careful, Sean. Er ist noch so jung. Sure. By the way, lass uns das zwischen uns halten. Claire hat viele starken Fähigkeiten. Sie... ...wann nicht verstehen. Sie adores Daniel. Und ich möchte, beide von Ihnen sicher und glücklich sein. Was ich versuche, zu sagen, ist... ...möglich sollten Sie hier mit uns bleiben. Ich weiß, dass Sie Kinder planen, um nach Mexiko zu gehen, aber... ...mhm... ...ja, ich meine, warum nicht? Wir wissen ja nicht, was uns in Mexiko erwartet. In Mexiko könnten wir vom Regen in die Traufe kommen. Thanks. Maybe we could, but... ...why not? I know, being out here in the sticks with us old farts isn't exciting, but... ...this is your home now. It's cool. Kind of different, but... ...I just... ...don't want you to get into trouble because of us. It's dangerous to be on the road. Do you think... ...your father would have... ...wanted this for his kids? Ähm... ...jetzt ist es anders, du kennst sie nicht. Ich möchte halt, wie gesagt, nicht anschuldigend sein, weil das sind beides so liebe Menschen. Natürlich nicht. Aber jetzt ist alles anders. Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... ...ja... 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 Okay. Thanks so much. Feel free to keep on tidying your stuff, too. It's good for the health to keep the house clean. Definitely. Daniel can help. Ah. And remember, for your own safety, no phone and no internet. I know, I know. Boring rules. Don't worry, Claire. Hey, Daniel. There's work for you. Uh, no. I'm busy. Busy my ass. Come over here. You gotta find me first. Jeez. Okay. Das soll's für heute dann auch gewesen sein. Ähm, wir sind gut angekommen. Wir haben uns gut aufgenommen. Ähm, jetzt heißt nächste Folge die Waschmaschine anstellen. Und dann können wir in die Geräte schuppen gucken. Da freu ich mich drauf. Da findet man bestimmt ganz viel, äh, coolen Stuff. So. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir ein Like und auch gerne einen Kommentar da. Es hilft ungemein. Äh. Und ansonsten sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Ciao. COPYRIGHT UNTERTITELUNG